Catherine, Princess of Wales verrät, wie viele es für die Kinder gab. Nach dem Gottesdienst in Sandringham wird die Royal Family von einer kleinen Menschenmenge empfangen, welche ihre Weihnachtsgröße überbringen möchten. Dabei lässt es sich Catherine, Princess of Wales, 40, nicht nehmen, sich mit einigen der Anwesenden zu unterhalten. Dabei trifft Kate auf ein junges Mädchen namens Indie, welche ihr Blumen überreicht. Die beiden unterhalten sich daraufhin über das Weihnachtsfest und wie die Kinder von Catherine ihn verbracht haben. Eine Dame, welche die Szene aufnimmt, findet die Interaktion so zauberhaft, dass sie diese der Welt nicht vorenthalten möchte. Die Unterhaltung sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, twitter.com